So, jetzt gehen wir nach 100 lang. Gleich sieben. So, jetzt gehen wir nach 100 lang, dann gehen wir nach 100 lang. Und dann gehen wir nach 100 lang. Und dann gehen wir nach 100 lang. Dann gehen wir nach 100 lang. Jetzt hat man den Fahrrad allein und bringt vielleicht noch die Auffahrt, die Auffahrt vielleicht noch. Und das macht das.